Also ich komme erst mal dann zu dir. Was kann man machen? In dem Gebiet hat es noch zwei Leuchtfeuer. Sehe ich gerade. Ja, da findet man sie nicht schon oft. Ja, kann ja in der eigenen Tür da sein, wo du die Fackeln brauchtest. Ich reisse gerade hin. So, ich bin da. Ja, wo setzt du denn sein hin? Ein Vergratung nach vorne. Bist du das? Ja. Gut. Und wenn du da noch welche findest, nimm sie einfach mit. Nein. Dann lass uns das mal vorgehen. Nur mal so, ich verwende jetzt eine Waffe zum Testen. Es ist nur Level 3. D. 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 vielleicht koopen und weiß nicht mit dem ring genau sein na das ist wieder fürchterlich mit dem husten ja nimm sie einfach die kann als ablenkung so gibts da ein ja ein mbc noch ein mbc jaja na lach mit ihr schon etwas dring ja auch so und so 3 schaffen wieso was ist da nur so ob man den boss schaffen also du mal so das werden wir jetzt sehen mal schauen was die zwei mpcs hergeben ich verfehle gerade wieder voll fett aber der hat richtig viel hp der hat es auf dich abgesehen uns alle drei erwischt und 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 wie viel HP hat die, wenn das überhaupt nicht die ist, na das war dämlich. Das hat doch irgendwie so eine super Amore an das Viech, oder ich damage überhaupt nichts mit dem Schwert. Aber wen geht's? Auf dem Floh. Und jeder trifft. Warte, ich halte dich. Ich glaube, ich wechsle dann auch wieder die Waffe. Ich glaube, die Steelheart Ellie ist nicht so nützlich in dem Fight. Ich glaube, ich auch nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen wichtig. Es ist ein bisschen wichtig, oder? Ich weiß, dass ich das nicht so nützlich möchte. Bist dann soweit. Gleich. Sag mal, wenn du soweit bist. Haben deine Blitze gut gedamaged? Das kann ich nicht genau sagen, nachdem ich mehr als die Elft verfehlt habe. Ich glaube, die haben an sich weniger gedamaged, als wenn man zu zweit oder zu dritt wäre. Na, ich glaube, das ist ein bisschen immun. Das ist Magie. Bis dann soweit. Muss ich den Ding anziehen und zumachen, den Bonn vor der Reife. No. Bist du das? Ne, ich bin noch nicht mehr da. Weil da gibt es jetzt so einen Sprungangriff. Warte mal mit dem noch. Und ich habe schon den Ring an, von dem her. Ah, jetzt ist er wieder. Ne, der ist immer noch da. Brauchst du noch lang? Ich glaube es unten. Und wo genau? Einfach Richtung Tor. Ich glaube gerade werden an sich zwei Playern besser gewesen. Glaub ich auch. Ah, jetzt habe ich dich. Ja. Ja. Was sind das jetzt für welche? Ein Mage? Der Kruzikopf schon wieder. Hauen wir den mal. Was ist das für einer? Auch ein Mage. Der hat zwei Magier. Holen wir mal den. So noch ein Viertel auf dem Riech. Ja. Jetzt kann was sein. Mal schauen, wie die splitternden Blitzsperre so sind. Ich bin ein bisschen aus dem TLC da. Soll nicht so gut sein. Das werden wir mal sehen. Das ist das. Das ist wieder so ein Spiel, der ist mehr auf AOE gesetzt. Bis jetzt treffe ich gut. Da kann es ja nicht ausweichen. Oder sicherlich geht es, nur ich bin zu langsam. Ja. 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 Ja.